Du bist der schönste Anime-Schuba, den ich je gesehen habe. Guck dich doch mal an mit deinem einzigartigen Polarlicht-Effekt. Du bist unvergleichbar. Du bist wunderschön. Hallo, heute will ich euch A Place Rather Than The Universe vorstellen. Wo geht's los? Ich möchte euch heute A Place Rather Than The Universe vorstellen. Mein Name ist Marvin, ich bin von K.S.M.Anime. Und A Place Rather Than The Universe ist ein Anime aus dem Jahr 2018. Genauer gesagt, es ist ein Slice-of-Life-Anime. Und während ich euch so ein bisschen die Box zeige, erzähle ich euch ein bisschen was. Denn der wurde produziert vom Studio Madhouse, die unter anderem auch Overlord, No Game No Life oder Death Note gemacht haben. Es ist ein Anime-Original, was ihn schon so ein bisschen besonders macht. Das heißt, da gibt es gar keine Manga-Vorlage. Und deswegen finde ich es umso krasser, dass die New York Times 2018, als der Anime produziert wurde, diese Serie auch mit auf die Liste der besten internationalen TV-Shows gesetzt hat. Das ist doch schon mal ein Ding. Ihr seht schon, wir haben einen hochwertigen Kunststoff-Schuber mit Veredelung. Es ist generisch, das heißt DVD und Blu-Ray sind gleich groß. Und diese Volume 1 kommt dann auch noch im vierseitigen Digipack daher, wo nochmal eine O-Card drüber ist. Die J-Card auf dem Schuber könnt ihr abnehmen. Wir haben hier die Volume 1 mit den Folgen 1 bis 5, die sich, ich sag mal, thematisch darum drehen, dass Mari Tamaki, ihr müsst euch vorstellen, sie hat eine richtig lange Bucketlist, aber sie kriegt die nicht so richtig abgearbeitet, weil sie sehr, sehr, sehr viel Angst hat. Und unter anderem wollte sie gerne verreisen, ohne wirkliches Ziel. Und dann trifft sie auf Shirase und Shirase sagt, hey, ich würde super gerne an die Antarktis. Das klingt so verrückt und da hat sie sich entschlossen, dass sie da mitkommt. Und genau darum geht es. Es geht um diese verrückte Reise von vier Mädchen, zwei, die ich jetzt nicht erwähnt habe, zur Antarktis. Und obwohl es so ungewöhnlich ist, funktioniert es auf einer Slice-of-Life-Ebene unfassbar gut. Und deswegen möchte ich euch ganz kurz noch was zu den Extras erzählen, die ihr jetzt gerade auch schon gesehen habt. Wir haben hier diesen wunderschönen Pinguin-Aufnäher, den ihr euch auf dem Rucksack oder in der Jacke oder so machen könnt. Ihr habt auch schon die Antarktis-Karte gesehen, weil, naja, sie fahren halt zur Antarktis. Außerdem sind Opening- und Ending-Songs auf den CDs drauf, Trailer, Bildergalerie. Und insgesamt haben wir damit ein wunderschönes Produkt, das ich euch jetzt in aller Kürze noch einmal zeige. Also den Sammelschuber mit dem Digipack der ersten Volume, der Aufnäher, Produktflyer, dann unsere tolle Antarktis-Karte. Und das ist unsere Volume 1 von The Place for the Universe. Ein Anime, den ich euch wärmsten ans Herz legen möchte und den ihr sehen solltet. Vielen Dank fürs Zusehen, viel Spaß mit dieser tollen Serie und bis bald. Mein Name ist Marvin und tschüss.